Wir sind nicht 1-4-1 oder Los Baqueros dabei, wir sind ein Team. GAUST Team! Schön, dich zu sehen, Simon. Seid ihr dabei? Nehmt eine Maske. Wenn nicht, nicht. Meine Truppen kennen die Fuerzas Speziales Anlage besser als Shadow. Das gibt uns den Vorteil. Vorsicht, sie werden wegen des Ausbruchs alarmiert sein. Wir infiltrieren die Basses mit zwei Ghost-Teams. Team 1 bestet aus Captain Price, Gass, mir und einem Piloten. Team 2 sind Ghost, Soap, Rudy und Los Baqueros. Team 1 nimmt die Tunnel zur Rollbahn und holt sich einen Helly. Mein Pilot bringt den Captain rauf. Team 2 wartet draußen, bis Price auf das Eingangsdorf feuert und sie reinlässt, damit sie sich zu Graves vorkömmen können. Er steckt wahrscheinlich in meinem Hauptquartier und wird von seinen besten Schützen bewacht. Während Gass und ich Valeria suchen und in Obhut nehmen, sucht Ghost Team 2 nach Graves und schaltet ihn aus. Vier Ghosts im Tunnel. Okay, Ghosts funktionieren noch. Verstanden, wie hast du euer Status? Ein Kilometer vom Tor mit Soap und Ghost. Okay, durchschalten. Ende. Gute Arbeit, Alejandro. Gass, gib Deckung. Abmarsch. Und damit willkommen zurück zu... Bleib bei ihm, Gass. Warte, zurück zu Modern Warfare 2 und wir als Ghost Team holen uns das Hauptquartier von Alejandro wieder. Ich komme. Was ist los? Pinceguero, Graves. Mal sehen. Werfrau? Hm? Verdammte Scheiße. Er ist wie ein Spießhoden, Love. Wir werden sie entserfen müssen. Roger. Cuidado. Ah, gut gemacht. So, entschärfen. Gut. Da kommen sicher noch mehr. Achte auf das Geräusch. Okay. Oder ich. Oh, Scheiße. So, okay. Ich dachte, die kommen erst ein bisschen später. Fertig. Ah, warte. Gut. Da kommen sicher noch mehr. Achte auf das Geräusch. Ich schmeiße Rauch. Wir letzter bewegen sich. Wir Leute blockieren sie. Wir wollen das abpassen. Ah, jetzt sehe ich. Gute Idee, Körper. Ich heiße sowas in meiner Basis. Wenn wir Grays finden, lo matamos despacio. Ja, ja. Pops. Da kommen sicher noch mehr. Rücken wir vor. Ja, ich werfe wieder auf. Meine Männer nutzen dieser Tunnel. Wir rüben hier unten fliehen und ausweichen. Erinnerst du dich ans Training, Bakero? Wie könnte ich das vergessen, Commander? Wir wurden gut ausgebildet. Haha. Du bist ein guter Soldat. Wenn das hier vorbei ist, kochen wir Alpastor auf meiner Rand. Pst. Oh, Alpastor. Du bist nicht allein. Ist lecker. Schreit aus. Wie viele? Drei. Nimm den Kerl rechts. Okay. Warte, ich schleiche mich an. Ausschreiten. Ausschreiten. Haha. Schön in das Gesicht. Jawoll. Okay, weiter. Ach, hier. Wir können die Türen öffnen. Geil, dass jetzt alle so eine Maske aufhaben. Die Codes nicht geändert. Er hat nicht mit uns gerechnet. Was ist hier drin? Da kommen wir ins Erdgeschoss. Achtet auf weitere Ladungen. Hört ihr das? Rauchgranate, Waffengas. Ja. Wieder richtig, Käpt'n. Nach dir. Okay, dieses Mal gehe ich hier hoch. Duck dich da runter. Oder? Ach nee, ich muss ducken. Okay. Oh, gar noch so geduckt, Alter. Das wäre schief gegangen. So, alles gut. Kontakt. Keine Sorge, ich habe ihn ausgeschaltet. Gott. Schnell da lang. Und entschärft. Hab's. Gehen wir. Wir nach. Geradeaus auf der Restseite. Ich habe für Sicherheit nochmal eine Rauchgranate. Falls da noch was kommt. Ach so. Kann ich das irgendwie wieder reinstecken? Ich schmeiß mal hier hinten. Ja. Ja. Frage mir. Okay. So. Bin direkt hinter dir. Bin hinter dir. Nee, du stehst doch. Na ja, egal. Ist alles sicher, Alejandro? Gut. Alter, warum wacke ich so? Boah, leuchtet das. So. Okay. Drei, zwei, eins. Sie sind am Boden. Gut gemacht. Bring ihn hoch und bleib auf Empfang. Si, Signor. Alejandro, ist dein Pilot gut? Er ist der Beste. Viel Glück, Captain. Okay, wir gehen hier rein. Wie lautet der Code? 627. Hoffentlich ist er noch gültig. Perfekt. Wir sind drin. Alle Ghosts. Eins ist drin. Schnapp ihn dir. Alle Ghosts. Bin in der Luft und habe Sichtkontakt. Verstanden, Bravo-6. Zwei nähert sich dem Tor. Ihr habt Feuererlaubnis, wenn das Ziel markiert ist. Wir glauben, Graves hält dem Hauptquartier die Stellung. Drinnen teilen wir uns auf und lassen die Luftunterstützung aufräumen. Sobald die Shadows fliehen, suchen wir Graves und töten ihn. Komprämmendes? Vollkommen, Lieutenant. Alle Ghosts. Bereit halten für Durchbruch. Soap. Schnapp dir den Richtlaser und markiere Ziele für Price im Heli. Richtlaser. Alter, Zielfernrohr. Oh, Panzerplatten. Also wird es ein bisschen härter hier. Okay, dann Ziel markieren. Ziel markiert. Feuererlaubnis erteilt. Ziel erfasst. Schüsse abgefeuert. Los, Price. Schieß. Gut gemacht. Gut geschossen, Bravo-6. Verstanden. Auf zum Hauptquartier und findet Graves. Alejandro, nutze das Chaos, um an Valeria zu kommen. Zu mir. Los, los. Gut. Rein, rein, rein. Nein. So. Warte mal. Fernrohr. Ziel markiert. Schieß mal da oben. Jawoll. Price, du bist unser Retter. Deswegen liebe ich Price. Er ist einfach der Held. Guck mal, wie er alles hier zerstört. So ist gut. Na, das sind welche gepanzert. Apropos Panzer. Ähm. Ich tu mir mal hier Panzerplatten rein. So. Und noch einer. Also es wird wahrscheinlich sehr hart in dieser Mission. Deswegen müssen wir ja auch Panzerplatten tragen. So, Leute, rein da. Oh, oh, oh. Warte kurz. Ich bin erstmal hier drin. Ah, da kommt neiner. Ja. Ausgeschaltet. Die haben hier ne bessere Waffe. Nimm die hier. So, ausgeschaltet. Da oben sind noch welche. Oder? Ne. NG-Feuer von unterhalb des Fonds. Schaltet die auf. Ziel markiert. Feuern wenn bereit. Okay, warte. Ich nehm die Sniper hier. Oh, gut gemacht. Wir kämpfen hier Feuer gegen Feuer. So ist richtig. So, den hab ich da ausgeschaltet. Hier kannst du auch nochmal schießen. Feuern. Position markiert. Verstanden. Greife dein Ziel an. Los, Price. Da wird auch noch einer. Ey. Diese Karte hätte ich gerne so als Multiplayer-Map. Okay, dann los. Los Leute. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Schreiten wir Graves aus. Geh durch die Unterkünfte zum Hauptgeweide dem Hauptquartier. Graves müsste dort sein. Der Turm da könnte uns näher ans Hauptquartier bringen. Oh. Stil schmeißen, Kanat. Au, au, aua. Geringe Panzer und Fremdsorge. Ich tu nochmal Panzerplatten rein. So, Bravo 6. Bereit für Feuermission. Achso, das war ein Verbündeter. Gut, Leute. Weiter, weiter, weiter. Weiter. Da war doch noch einer. So, einfach weggehauen. Nein, er hat shit. Es kam grad so vor, als hätte mich irgendjemand von hinten erstochen. Das Hauptquartier bringen. So, nochmal. Warte. Da bitte Feuerunterstützung. Ziel markiert. Kreis bitte darauf schließen. Jetzt können wir rein. Ah, Granate. Oh, alter, Ghost. Habt ihr das grad gesehen? Der hat die Granate grad zurückgeworfen. Und dann auf so einen Typen geworfen. Wie geil war das denn? Alter, ich nehm einfach mal das Schild hier. Nehmen wir nochmal eine Panzerung. Ein paar Panzerplatten. Warte, ich muss kurz Panzerplatten rein. Netze. Gut. Gesichert. Weiter vor. Sie sind eingedrungen. Ja. Das stimmt sogar. Kann mir einer helfen? Ich schmeiß mal für Sicherheit ne Blendgranate.